Hallo, ihr Neugierigen! Wir alle wissen, dass Rihanna sowas wie eine Königin ist, denn sie regiert seit über einem Jahrzehnt die Popcharts und hat in letzter Zeit mit ihrer Marke Fenty, die Beauty- und Fashionbranche erobert. Kaum zu glauben, dass diese Frau Zeit zum Schlafen hat, geschweige denn zum Dating. Aber das braucht sie nicht, denn sie ist schon seit einiger Zeit in einer festen Beziehung. Und sie und ihr Freund sind ein starkes Team. Aber wer ist eigentlich Rihannas neuer Freund? Wie verläuft denn ihre geheimnisvolle Beziehung? Bleibt dran, um das zu erfahren! Im Laufe der Jahre war Rihanna in mehreren gehypten Beziehungen mit hochkarätigen Celebrities. Scheint es uns vielleicht nicht, als wäre sie gerade noch gestern mit Drake zusammen gewesen? Das ist aber vorbei, seit zwei Jahren ist sie mit einem geheimnisvollen Unternehmer namens Hassan Jamil liiert. Trotz all ihrer romantischen Ausflüge gibt es aber nur sehr wenige Fotos von dem Paar. Warum hält Rihanna ihren Freund von der Öffentlichkeit fern? Und wer ist eigentlich Hassan Jamil? Zunächst müsst ihr wissen, dass Jamils Familie richtig reich ist. Ja, sogar stinkreich! Sie sind eine der wohlhabendsten arabischen Familien der Welt und besitzen Abdul Latif Jamil, den größten Toyota-Vertriebspartner in Saudi-Arabien und anderen Ländern des Nahen Ostens. Hassan ist stellvertretender Vorsitzender und Vize-Vorstand des Unternehmens in Saudi-Arabien. Und bis 2019 sponserte die Familie auch die nach ihnen benannte Saudi Professional League, die Jamil League. Hassan war zuvor fünf Jahre lang mit der Kunstkritikerin Lina Lazar verheiratet. Die beiden ließen sich jedoch 2017 scheiden. Und dann, bevor er die Romanze mit Rihanna anfing, war Jamil noch mit dem Supermodel Naomi Campbell liiert. Aber was ist eigentlich das Geheimnis von Rihannas schon zweijähriger Beziehung? Vielleicht, weil die beiden sich vor der Öffentlichkeit und dem Rampenlicht fernhalten? Oder bewahrheitet sich in diesem Fall die These, dass sich Gegensätze anziehen? Denn Insider sagen, dass Rihanna und Hassan beide äußerst unterschiedlich seien. Das scheint jedoch bei ihnen richtig gut zu funktionieren. Sie verstehen sich sehr gut und ihre Persönlichkeiten passen gut zusammen. Die Sängerin spricht selten öffentlich über ihre Beziehung zu dem Geschäftsmann, aber vor einigen Monaten sagte sie im Magazin Interview, dass sie, Zitat, selbstverständlich verliebt sei. Und während der Ocean's 8 Promo bestätigte Rihanna irgendwie offiziell diese Beziehung. Als einer ihrer Hauptdarsteller fragte, ob sie mit jemandem zusammen sei, antwortete sie in einem typischen, frechen Rihanna-Stil. Google-S. In demselben Ocean's 8 Promo-Interview sagte Rihanna, dass sie am meisten von der Mutterschaft träume. Und dass sich bei ihr der Mutterinstinkt meldet, konnte man auf den Fotos mit ihrer Nichte sehen. Auf die Frage, ob sie Jamil heiraten wird, antwortete die Sängerin, dass nur Gott das wisse. So ist es klar, sie hastet nicht mit der Hochzeit. Nach ihrem Interview für Vogue im Jahr 2018 wird gemunkelt, dass Hassan sie dazu anspornte, sich die Zeit für die Liebe und für sich selbst zu nehmen. Dort gab sie auch zu, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich selbst für die Geschäfts- und Musikkarriere zu stellen und sie fühlte sich schuldig, weil sie sich eigener Zeit beraubte. Dann fügte sie noch hinzu, dass sie noch nie jemanden getroffen hatte, der ihrer Zeit wert war. Und daher beschloss sie, sich dieser Beziehung etwas mehr zu widmen. Klingt es nicht nach einem ehrlichen Geständnis? Rihanna und ihr Freund mögen unterschiedlich sein, aber sie haben auch vieles gemein. Vor allem genießen sie öffentlich zu knutschen. So erfuhr schließlich die Welt, dass Rihanna jemanden trifft. Es wurden nämlich Fotos veröffentlicht, auf denen sie mit einem Mann im Pool schmuste. Sie wollte wirklich ihren Freund von der Öffentlichkeit fernhalten, denn zwei Monate später versuchte sie ihn vor Paparazzi zu schützen, indem sie ihn unter dem Regenschirm versteckte. Das Paar teilt auch die Liebe zum Sport. Rihanna besuchte regelmäßig Basketballspiele der Lakers. Ihr Freund hat sie anscheinend mit dieser neuen Leidenschaft angesteckt. Fußball und Baseball. Und offensichtlich war dieser Sport der Grund, warum sich das Paar mal zerstritten hat. Zumindest behauptet das Rihanna. Denn das Paar wurde bei einem hitzigen Gespräch in Mexiko im vergangenen Jahr fotografiert. Aber die Fans verteidigten ihre Königin heftig auf Twitter. Später reagierte der Star auf das Drama, indem sie ein Bild von einer Löwin auf Instagram postete, die einen männlichen Löwin anstarrt. Und unterschrieb es, when you think you know more about Soccer. Wie schön gespielt, oder? Sie machte im Grunde genommen ein Meme von sich selbst und ihrem Streit. Und es sieht so aus, als hätte das Paar den Segen ihrer beiden Familien, denn sie verbringen mit ihnen gemeinsam viel Zeit. Letzten Monat wurden zum Beispiel Rihanna und Hasan bei einem Ausflug mit ihrer Mutter und ihrem Bruder gesehen. Und ein paar Monate zuvor wurde das Paar beim Abendessen mit Jameels Familie in Italien fotografiert. Das mag wohl nichts im Gegensatz dazu sein, dass Rihanna nach London gezogen ist. In einem Interview für die New York Times sagte sie, dass sie ihrem Team näher sein wolle, dass an Fenty arbeitete. Die Leute beharrten dennoch darauf, dass der Grund für den Umzug ist, dass sie näher an Jameel sein möchte, der in London lebt. Das Wichtigste ist aber, dass Rihanna mit ihrem Freund glücklich zu sein scheint. Und nun aber wieder zurück zu euch. Glaubt ihr, dass vor Rihanna und Hasan Jameel eine langjährige, erfüllte Beziehung steht? Glaubt ihr, dass sie das allerbeste Paar sind? Wartet ihr auf Rihannas neue Musik? Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren und abonniert den Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und bis zum nächsten Mal!